Als ich draußen war, bin ich einfach nur gerannt. Immer geradeaus. Und irgendwann ist das Schiff vor mir aufgetaucht. Ich hab noch nie ein Schiff gesehen, das mehr Schrott war als das hier. Und die Bauform hab ich auch noch nie gesehen. Aber es ist flugtauglich, offensichtlich. Was ist das hier? Du bist der Ingenieur. Ich denk, du hast mal an der Werft gearbeitet. 301, sofort Meldung geben, das ist ein Befehl. Komm zurück, hier stimmt irgendwas nicht. Novak, du belässt dieses Schiff auf der Stelle. Du hast doch gesagt, wir hätten so lange Zeit, bis der Sturm sich gelegt hat. Ich hab mich geirrt, das ist dir sehr klar. Komm her, der Daten! Bring uns einfach nur raus hier. Ist das unser Sonnensystem? Da beginnt der richtige Weltraum. Was bedeutet denn richtig in dem Zusammenhang? Freiheit! Weißt du, ob's da Menschen gibt? Wo das Ding herkommt, ist auch das Schiff hergekommen. Oder zumindest die Besatzung. Das Ding hier kommt von einem Ort, den wir beide nicht kennen. Ist dir mal aufgefallen, dass alle Lautsprecher kaputt sind? Also, zerschnitten? So, wir müssen nicht wissen, was mit der anderen Grupp passiert ist. Die sind verrückt geworden. Hast du Angst? Ich hab gar nichts. Genau. Wir haben hier beide gar nichts. Was, was wollen wir denn hier? Das ist doch Schwachsinn! Ich will hier weg! Und ich will einfach irgendwo hin. Es gibt keinen blauen Himmel. Keine Wiesen. Keine Seen. Keine Bäume. Alles gibt's nicht. Hier geht es nicht mehr weiter. Hörst du? Hier geht's nicht mehr weiter.